so neu deswegen doch der ist ja auch sehr frisch und gleichzeitig auch das erste mal dabei also michael bellmann ist sinnmillionär zukunftscoach und social marketer jetzt wie der zufall es will lerne ich ihn kennen und er bringt eine zeitschrift raus die heißt würde impulse auch im zufall also michael ist brückenbauer zwischen verschiedenen lebenswelten setzte kreativ innovative projekte von der idee über konzept um und auch gibt er das magazin zur selbstwirksamkeit raus würde impulse heute hat er sich für uns überlegt das muss ich jetzt selber suchen thema wenn zufall sich als schicksal enttarnt also der blick zurück zeigt doch wie sehr wir uns vertrauensvoll dem leben überlassen können oft verhindern unseren glaubenssätze oder erwartungshaltungen eine sinnvolle offenheit die zufälle des lebens als wegweiser zu erkennen bedeutlichen wir uns das fundament unseres handels ist seine frage und dann wollen wir sehen was er uns dazu zu sagen hat michael deine bühne ja einen wunderschönen guten tag zusammen schön dass ich dabei bin und das erste mal dabei bin und ich habe natürlich weil ich das format gar nicht kenne oder kannte habe ich das mache ich sehr leute und da ich auch eine schriftenreihe raus bringe und da denke ich mir zu anfang mache ich immer etwas wo ich dann mich selbst erforsche in diesem begriff und der war sehr spannend und deswegen habe ich jetzt gedacht nein ich werde ja mal nicht frei sondern ich lese euch einen text vor und ich lese euch einen text vor der einem grunde so ein bisschen das ganze thema beleuchtet und ich bin sehr gespannt wie die resonanz ist oder auch wie der text dann letztlich aus meinem mund kommt titel zufall heute schon den zufall erlebt oder anders was ist eigentlich zufall zufall ist eine bedeutungsgabe von etwas was überraschend ist zufällig ist etwas unerwartetes ein zufall scheint zuerst ohne bezug im rückblick werden zufälle zu schicksalen und finden im lebenspuzzle neue begründung sie zeichnen sie reihen sich in ein gefüge oder fallen aus dem raum ins bodenlose zufälle können kraft und wirkung haben und wurden oft auch nur als überraschungsmoment abgespeichert zufall in zukunft ist im konkreten etwas paradoxes da wir uns den fall zwar vorstellen können doch fehlt die erfahrung des zugefallenen was bedeutet dies nun nach bewusstseinsentwicklung bekommt der zufall eine neue bedeutung wenn das wissen und der erfolgshorizont begrenzt ist scheint eine stern schnuppe wie zufällig für einen astronomen als erklärbar wenn die empathie fähigkeit sehr hoch ist können verschiedene geschehnisse des lebens weniger als zufällig sondern eher verstanden werden oder ein techniker versteht zusammenhänge die ich persönlich im handy als skurril und fast schon zufällig an sie kurz die bedeutung des zufalls ist subjektiv und reduziert seine wirkmächtigkeit wenn wissen und offenheit den lebensereignissen gegenüber zunehmen abschluss so glaube ich daran dass wir menschen lange dem zufall die macht gegeben haben und durch die heutige hochkomplexe digitale technische und globale welt den zufall entmystifiziert um sich die geheimnis und uns sind die geheimnisse verloren gegangen ein geheimnis jedoch durfte ich auf die schliche kommen es jedoch in seinem kern werde ich es nie umfassen denn die bedeutung der menschen würde die mir persönlich täglich aufzeigt welche reise wir als menschen noch vor uns haben denn in all der technischen entwicklung ist uns das fundament menschlichen seins angekommen und das staunen und kindliche vergnügen was auch sehr viel mit zufallserlebnis zu tun hat hat unser wesen beraubt durch die bewusstwerdung eigener würde könnten wir uns und in uns neue beziehungen entdecken denn zufälligen ereignissen bedeutung geben und auch so eine neue beziehungskultur erschaffen vielleicht nehmen dann auch wieder die erfahrungen von zufällen des staunens wieder zu ich freue mich auf dieses experiment im leben und du lass uns dazu in den austausch kommen damit wir den überraschenden zufällen wieder erlebnis zukommen lassen herzlichen dank herzlichen dank herzlichen dank